Ein Auto und drei Freunde. Ente, Bär und Maus wechseln sich beim Fahren ab. Jeder darf mal vorne sitzen. Und jeder hat einen anderen Fahrstil. Geradeaus oder rundherum im Kreis. Wo ist der rote Renner jetzt wieder hingefahren? Nichts wie hinterher. Da kann man viel entdecken und seine Grob- und Feinmotorik trainieren. Mit diesem lustigen Spielauto wird das Spielen nie langweilig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017